Das ist Tobias. Für das Internet der Dinge und künstliche Intelligenz begeistert er sich schon seit einigen Jahren nicht nur beruflich, sondern auch privat. Oft stellt er sich die Frage, wohin wir uns als Gesellschaft entwickeln und unsere Wirtschaft sich durch die Vernetzung der Welt verändern wird. Daher ist er sehr froh, diesen hochspannenden Kompetenzbereich verantworten zu dürfen. Tobias war schon immer interessiert an digitalen Technologien und Veränderungen und hat während der Uni an digitalen Sprachdialogsystemen gearbeitet. Er ist leidenschaftlicher Netzwerker und sein größtes Hobby ist Fußball mit dem Geistbock im Herzen, dem 1. FC Köln. Ich bin der Tobias. Ich bin beim ECO-Verband zuständig für die Kompetenzgruppe Internet of Things. Das heißt alles rund um Smart City, Smart Home, Industrial IoT, Mobility und alles, was eben mit dem Internet der Dinge zu tun hat. Ich bin beim ECO-Verband zuständig für die Kompetenzgruppe Internet of Things. Ich bin beim ECO-Verband. Ich bin beim ECO-Verband. Ich bin beim ECO-Verband.